herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen wieder super mario 3d land auf dem nintendo 3d erst mal mit dem stuhl ranrücken und jetzt starten ok scrolling level perfekt direkten treffer richtig unnötig aber nur wie perfekt direkt die erste starkein und es war knapp geschafft und jetzt das luftschiff das zweite luftschiff so knapp hey so 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 checkpoint ok irgendwo ist die starkein denke ich naja bis jetzt sehe ich sie noch nicht ich nehme lieber den tanuki hey wo kann dies sein ach da ist was achso ne da bin ich gekommen achso vielleicht gibt es einen toad nein aber da ist die starkein die starkein dann keine ahnung ok das ist die zweite perfekt dann haben wir keine verpasst was das kann jetzt nicht sein was hier muss doch die starkein sein oder hier ist doch jetzt der boss wieder bum bum ja aber ich krieg bei ihm doch keine starkein was ich bin so lust ich bin so lust wie konnte ich ihn dann vertreten so jetzt jetzt Der gibt mir doch niemals eine Star-Coin. Hä? Was? Wo habe ich die Star-Coin verpasst? Ist die hier? Tatsächlich? Hä? Als ob die nach dem Boss kommen kann. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Es geht. Aber ich denke, dass es nicht nochmal passiert, weil das ist ja immer dasselbe Ziel und das wäre lame, wenn die da jedes Mal versteckt ist. Ja. Welt 4. Oh, Marius, die denkt an dich. Oh, die Musik ist cool. Und das Level sieht auch cool aus. Oh, die Musik ist cool. Oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich getan? Warum habe ich das gemacht? Den gibt es in Super Mario Odyssey auch. Und Geldspucker. Und Geldspucker. So habe ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Und ich kann das als kleiner machen, gar nicht kaputt machen. Ernsthaft? Da kann man doch ein. Oder nicht? Nee. Schade. Gib mal bitte irgendwas. Komm schon. Ich brauche doch nur einen Pilz. Ey, da ist was. Ja. Bitte ein Pilz. Nein. Ach, warum kriege ich jetzt sowas? Ich brauche einen Pilz und kein Fliegeteil. Teil. Ey, komm. Kann doch nicht sein. Ach, komm schon. Komm, das ist gemein. Haben wir noch ein Toadhaus? Nee, ne? Ach, komm. Meine Katze miaut die ganze Zeit. Können Sie bitte ein wenig leichter sein? Es wäre ehrenhaft. Ne? Ein wenig leichter. Bitte. Werde ich groß. Ja. Dann zurück. Könnten Sie jetzt bitte ein wenig leichter sein? Es wäre so ehrenhaft von Ihnen, dass ich keine Ahnung habe von mir keine Ahnung was. Das macht's so, oder? Und irgendwie geht mir vielleicht die Zeit aus. Äh, ich denke auch nicht, dass ich es noch ins Ziel schaffe. Ja, aber... Ist halt so, ne? Und die Starcoin habe ich ja dann auch nicht mehr, ne? Hm, schade. Ich denke, die war da unten. Aber ich will jetzt lieber ins Ziel, als irgendeine Starcoin so kriege. Das ist voll cool, das Level. Ja, es reicht jetzt, oder? Bitte ein wenig leichter sein. Bitte ein wenig leichter sein, ne? Okay, lieber gehe ich so ins Ziel. Okay, ich muss die dritte Starcoin nachholen und ich brauche ein Tandu, um mein Ziel zu kommen, weil irgendwie... Wer schafft es so? Ah, ich habe eine Idee. Hier rein. Okay, also, das war's mit diesem Video. Ich wünsche mich um einen anderen Like vorhin. Ciao. 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 Ciao.